Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident in Schwesig gerät im Zusammenhang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 weiter unter Druck. Der Vorsitzende der Grünen, Noripur, forderte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Verwebung zwischen der Schweriner Landesregierung und dem russischen Staatskonzern Gazprom aufzuarbeiten. In der Kritik steht die SPD-Politikerin unter anderem wegen der Einrichtung einer Klimastiftung. Diese sollte helfen, die Pipeline trotz US-Sanktionsandrohungen fertigzustellen. Jüngst öffentlich gewordene Unterlagen legen einen starken Einfluss Russlands auf diese Stiftungsgründung nahe. Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Göbel in Schwerin. Der Druck auf die Ministerpräsidentin wächst. Was sagt denn Schwesig bisher dazu? Ja, Schwesig sagt bisher erstmal gar nicht viel dazu. Sie ist aus, so heißt es, technischen Gründen nicht erreichbar.